hallo freunde nach der bin ich sah du mit einer neuen folge surviving after mars wir haben in der letzten folge gegen sandwürmer gekämpft leider haben das zwei kolonisten von uns mit ihrem leben bezahlt diese sandwürmer sind ekelhafte nerv fischer und wir sind auch mitten hier in einem meteoriten schauer ihr seht dass die luft ist von asche erfüllt ein ekliges naja wetter ist es keins aber ein ekliges ereignis was natürlich auch aufs gemüt unserer kolonisten sicherlich drückt wenn man permanent der gefahr ausgesetzt ist von den meteoriten vielleicht erschlagen zu werden arbeitszone soll eigentlich nicht verlegt doch die soll verlegt werden dahin nämlich wir wollen das ja hier abholzen genau und die latrine ist fertig wir können es upgraden machen wir auch zu einer ordentlichen toilette sobald wir 700 forschungspunkte zusammen haben hier muss was repariert werden können wir uns diese elektronik fabrik wir benötigen halt nur komponenten und wir brauchen auch 30 komponenten das hatten wir übrigens auch noch in der letzten folge erforscht 30 komponenten für diesen metall extraktor den wir uns gönnen wollen und da hatten wir uns hier oben im noten war das doch wenn ich mich recht entsinne eine stelle rausgesucht wo es relativ reichhaltiges metall gab hier 96 prozent ich bin mir nicht sicher was das halt eben was es genau bewirkt also reichhaltigkeit ich denke mal man bekommt dann halt auf einmal mehr raus mit so einem extraktor könnte ich mir vorstellen deshalb sind reichhaltige metallvorkommen natürlich besser als nicht ganz so reichhaltige ich will aber noch mal nachschauen aber das müsste so gewesen sein ja dieses hellgraue da im noten ist schon mit am besten dazu geeignet dass wir hier oben so ein standort dann hin bauen wir brauchen natürlich mehr als 30 komponenten weil hier wird strom benötigt und da sind wir bei einer grundsätzlichen frage ich hatte sie glaube in einer anderen folge schon mal gestellt wie das denn mit dem strom funktioniert wir sehen jetzt hier auf dieser übersichtskarte dieses stromnetz stromnetz hier oben wird aber insgesamt aufgelistet also ich frage mich kann das jetzt hier alle gehen dieses akku paket und es wird dann hier aber trotzdem noch mit strom versorgt weil wir hier noch genügend strom haben oder brauchen wir dazu eine verbindung ich kann es euch nicht sagen ich habe es auch noch nie rausgefunden wir werden es einfach mal sehen wir werden aber werden ja gesagt wir wollen in dem spiel eine dezentrale stromversorgung errichten dass überall wo strom benötigt wird auch strom produziert wird so machen wir es toilet ist fertiggestellt sehr gut wasser reservoirs sind fast voll bedeutet wir können das hier abschalten wir machen trotzdem noch plus warum könnt ihr auch mal daneben zielen hier die meteoriten die gute orca kommt mit 80 komponenten zurück aber das wird wahrscheinlich noch eine ganze weite dauern die da ist leider können wir nicht ändern zufriedenheit sieht gut aus unterhaltung könnten wir natürlich auch gebrauchen verschmutzung oder abgebaut und gehört gerade das geräusch und ihr seht auch wie die luft aufhört so in einem hässlichen oder bedrückenden rot zu schimmern der meteoriten schauer scheint vorüber gegangen zu sein und der betonblunderer hat ja noch mal was abbekommen verschmutzung ist lagerstätte doch lagerstätte verschmutzung ist aufgebraucht daher ja wo war die nach hier unten aber jetzt zone verlegen baut er hier mal noch ab genau macht mal los jetzt kommen medizinzelt schließen wir haben mehr als genug leute zur verfügung aber wir brauchen die ja auch elektronik fabrik erinnert euch und nicht zu guter letzt vergessen dann den metall extraktor der wird muss auch bemannt werden sie ist ausgeheilt mich ist fertig den kann man auf die weltkarte schicken und er muss noch ein bisschen ausheilen wo ist er da ist er pink man mich kann ganz passabler kämpfer ganz miserabler blünderer wo gibt es noch was zu kämpfen da knallharte räder jetzt alles nichts gehen wir bitte dahin die ok ist angekommen schaut mal wir haben die komponenten bekommen sehr gut ja dann geht's los produktion alle extraktor da ist er müssten aber natürlich erst mal dann dort für strom sorgen weil was nützt uns wenn der metall extraktor gebaut wird wir aber kein strom zur verfügung haben das ist es wir müssen es genau drauf setzen wollte ich bloß mal nachgucken es rastet dann sogar ein ja das können wir also hierhin bauen dann würde ich sagen bauen wir hier unten unsere strom produktion auf können wurde hier davor ja hier davor kann man es auch abbauen genau strom strom wind keine windturbine oder kein solarmodul bauen wir probieren das mal aus leute ein akkupaket auf jeden fall das brauchen wir bauen das ein stück weiter weg weil ich glaube der extraktor verursacht verschmutzung und dann natürlich auch ein transformator die zwei sachen brauchen auf jeden fall oder brunnen ist verseucht einmal dekontaminieren nahrung ist ausreichend vorhanden sitzt eigentlich mit flachs aus über 100 haben wir hätten halt überhaupt näher mit dieser kleidung wir machen minus brauchen doch mehr flachs felder es ist mist aber es ist einfach so und wahrscheinlich muss man auch noch einen zweiten schneider bauen die kommen ja nicht hinterher mit der produktion schneidermeister es nimmt doch kontinuierlich ab oder müssen wir aufpassen bei 29 ist das jetzt merkt euch mal bitte mit 29 am ende der folge schauen und dann noch mal drauf dahinter wurden besiegt ach so auf der übersichtskarte hatten wir uns auch schon so ausgerechnet dass wir das dann gewinnen hier knapp aber wir haben gesiegt und schaut mal hier gibt es sogar nette komponenten nochmal aber er kann nicht mehr angreifen der hat nur noch 13 hp spä wenigstens noch ein bisschen der rest hat zu tun bisschen belaste fehlt noch metall ist ständig knapp aber deswegen bauen wir jetzt auch diesen metall extraktor hoffe der wird da abhilfe schaffen ja gebäude das gebäude wird schon gebaut können wir jetzt auch den metall extraktor hier hinsetzen da ist er dann testen wir es ob das hier funktioniert und das kommt das mal keine verbindung zum energienetzwerk also wir müssen den bauen das akupaket bin gespannt ob das funktioniert oder ob wir dann hier noch eine windturbine hinsetzen müssen ich hoffe es mal nicht weil die windturbine ist auch teuer 20 von diesen komponenten kostet das ja metall ist aufgebraucht betonruine weit im osten gab es noch einmal metall hatten wir neu entdeckt hätte ich gedacht das betonruine gewesen scheibenkleister betonruine doch hier oben schaut mal im nordosten gibt es metall aber es ist wirklich relativ weit weg für unser plünderungsteam nordosten hier gibt es überall nur beton hier gibt es nochmal metall also von der entfernung her es nervt nach wie vor es nervt mich von anfang an wenn man zu weit raus scrollt wenn man halt noch ein bisschen besser überblick haben will dann geht man halt komplett auf die weltkarte raus also von von der entfernung her hier metall oder da metall wird sagen dass wir hier näher dran sind ein stück bautet das mal ab oder das hier ja kommt nehmt das und wir haben natürlich noch die straße vergessen eine gepflasterte straße oder jetzt hier ist natürlich die verschmutzung im weg machen wir so die spezialisten sind einsatzbereit wir haben ein stück eine straße zu weit gebaut ist egal akku paket ist fertig scheit zu funktionieren also die lager scheinen irgendwie miteinander verbunden zu sein mal schauen mal schauen holzfäller locker ist verseucht die kontinuier die spezialisten sind einsatzbereit wer ist denn einsatzbereit ja ja er ist angekommen wir müssen wieder mit dem vorzeug rein fahren jetzt seht das ich hoffe bloß die vorzeuge sind dann nicht alle verschwunden neun spezialisten können wir anwerben pink man ist auch fertig und die orca die wollten wir zu einer siedlerin machen wir schicken den pink man erstmal auf die weltkarte Darius ist jetzt da das ist schön pink man ist auf der weltkarte hier die orca da gehen wir wieder zu unserem das war es hier glaube oder nee ich merke das nie hier aus dem postenlager siedler erstellen und zwar jenne bestätigen wir so und da hatten wir uns beziehungsweise ich weiß gar nicht ob ich das mit euch mehr angeschaut habe ich kann es euch gar nicht mehr sagen hier diese waffenfabrik aus akkoren weil wir benötigen nämlich für die elektronikfabrik die wir übrigens auch noch erforschen müssen seltene metalle und das ist das einzigste vorkommen was ich hier so auf der karte gefunden habe dann lauf du mal bitte dahin neun spezialisten anwerben forschung betreiben zu tun ohne ende und das ist das schöne bei dieser art von spielen industrieller abbau kostet halt auch 400 mann ist einfach des wahnsinns ne wir machen erstmal das wobei wir seltene erden zusammen haben es dauert halt eine weile die elektromontage egal wir erforschen trotzdem die elektromontage in der postapokalyptischen welt ist der bau filigraner komponenten und elektronik keine einfache sache eine elektronikfabrik stellt einen großen schritt zu einer autarken kolonie da auf geht's und neuer spezialist kämpfer bitte oder ein was hatten wir gesagt kämpfer oder plünderer und was wird es nicht sperren nähert sich den tor hey du mir wurde zugehört dass du vielleicht ein hochqualifiziertes paar hände brauchst angriff 12 aktionspunkte 8 ein bisschen schneller unterwegs plündern 150 ehe wir jetzt noch weiter warten zumal wir jetzt unsere späherin die orca das war doch glaube eine späherin oder verloren haben weil die ja zum siedler geworden ist nehmen wir die hier raus auf die weltkarte mit der pink man ist schon draußen darios erholt sich die anderen beiden plündern noch die sandwurmkadaver schmutzung ist aufgebraucht wir müssen meteorit runtergekommen sein die sachen müssen repariert werden bau die mal ab die verschmutzung elektromontage wird erforscht pink man wir laufen mit der falschen person dahin sie muss hier hin laufen was machen wir mit pink man 200 prozent plündern und 25 im angriff unser bester kämpfer dann soll er mal kämpfen und die schicken wir hier in den osten um hier noch die restlichen sachen auszuspähen zum plündern ist hier wirklich nicht zu gebrauchen schaut mal die braucht ja drei tage neun stunden für 42 medikamente das ist mist schau mal da gibt es noch wissenschaftspunkte die wir plündern können über 200 20 die masse aber besser als nichts aber es ist auch ganz schön weit weg vom schuss du mama mia das haben wir in zwei tagen auch zusammen aber irgendwann werden wir uns sicherlich noch gönnen metall extraktor wo bist du wir wollen sehen wie der an den start geht oder brauchen die noch eine ganze weile müssen das ganze zeug erstmal hinbringen neues flachsfeld hatten wir gesagt ich habe es jetzt auf einmal so viel kleidung wie es scheint hat es irgendeiner mitgebracht ja das verfälscht natürlich jetzt hier unser unser kleines experiment wir wollten uns die zahlen 29 merken wir haben genügend leute zur verfügung lasst uns hier noch ein flachsfeld bauen nahrung sieht gut aus und könnte sogar überlegen noch ein viertes kocher auszubauen so müssen wir den wasserturm umändern oder aber wir bauen den wasserturm bisschen mehr hier hin objekte toll wir haben das zu eng aneinander gestellt wir sind auch bei napsölzende mama mia egal dann bauen wir hier oben lieber noch einen separaten wasserturm hin oder wir erforschen die kochausbildung war das doch ja das kommt dann lieber noch ein kochhaus nützt alles nicht leute die fressen jetzt dieses gemüse essen ohne die fressen die essen wir sind doch keine schweine wir essen und nicht fressen die essen dieses gemüse mal zu gern unsere leute das ist immer weggeputzt bauen wir noch ein kochhaus ich glaube ja 25 befürchte wir haben nicht genügend metall ja so sieht es aus ok metall abwerten und den wasserturm den man dann hier noch hin bauen müssen muss man auch noch dahin zementieren da haben wir in die mitte dann unsere wohnsiedlung sozusagen die nahrungsversorgung angesiedelt bei uns und außenrum sind halt die wohnviertel das können wir auch mal wieder an machen irgendjemand wird angegriffen das holzförderlager eine person erreicht vielleicht aus und wieviel teile haben wir 76 ja da können wir auch mal wieder eine person dran lassen gegen den maus rennt mal da hoch überlebende am tor gerade unmengen zu tun und wir verpassen doch bestimmt hier wenn das hier losgeht ja mit helle extraktor noch nicht das dauert noch eine weile dann besetzen wir das tor auch den wachtturm dahinter wo sie noch viel plündern hier ja doch na nö eigentlich nicht mehr viel wir holen aber sie trotzdem noch mal mit ran her müssen dann halt wieder zum sandwurmkadawer schicken was haben wir noch an schutzräumen 13 bedeutet wir brauchen auch wieder häuser unsere kolonie wächst und gedeiht der spezialist ist da der hat jetzt gewonnen ja dann kann der hier mal die rattenkadawer plündern und reden wir mit den überlebenden sie bringen bisschen nahrung mit zwei senioren drei kinder zwei erwachsene sechs sind an der strahlenkrankheit erkrankt wir nehmen die auf aber was sagen die denn so wir kommen von einer farm aus der nähe dort gab es alles was wir brauchten aber dann kamen die wilden tiere und eine sache von der wir nicht genug hatten waren patronen nehmen wir an wir lassen sie rein die sind verstrahlt aber unsere medizinzelte sind alle offen jetzt sind alle offen um ihnen zu helfen arbeitszonen müssen wir dann neu verlegen dann werdet ihr mal hier das holz abhauen die spezialisten sind einsatzbereit darius ist das nicht wer ist das mischka ist das der sollte hier angreifen ach bern ist auch fertig der hat geplündert ein neues vorzeuge wurde gefunden schön schaut mal hier gibt es forschung ja der ist nicht dazu geeignet wie viel vor schon gibt es hier den 342 nicht schlecht den müssen wir jetzt erst mal nach unten schicken wir holen das fahrzeug und stellen das dann neben unsere kolonie ab der hat ja nichts geplündert hier oder nicht dann können wir das fahrzeug auch so stehen lassen absturzstelle jetliner können wir auch noch blundern teile produzieren war aber schon mittlerweile selbst brauchen wir also nicht unbedingt geschwindigkeit nehmen wir hoch schutzräume fehlen wir brauchen wohnhaus wir wollen aber sehen wie der metall extraktor anstatt geht kriegt das in der folge noch hin wird schwer leute dann produzieren wir wenigstens endlich mal wieder ordentlich metall also hoffe ich mal vorausgesetzt das funktioniert ja überhaupt so wie wir es uns gedacht haben mit den strömlingen zwei lagerstätten sind aufgebraucht arbeitszone muss verlegt werden ja mit der verschmutzung die haben wir eigentlich ganz gut im griff hier oben werden wir das mal noch weg machen sehr schön es läuft soweit alles und sie muss die sandhürmer bitte wieder ausschlachten hier ist es der metall extraktor baute schon er wartet auf einen bauarbeiter dann warten wir mal gemeinsam auf diesen bauarbeiter jetzt wird es gebaut gleich geht die produktion los wurde nun schon wieder schon wieder solche ekligen mäuse helft mal mit vorsichtshalber ja helfe auf jeden fall mit da kommen noch mehr von diesen fischern rennen ja er kommt klar wunderbar und der metall extraktor hier ist er 88 prozent gleich geht die produktion von metall los sein verletzungen erlegen verdammter ist es war bestimmt der der gegen diese mäuse gekämpft hat unnötig absolut unnötig der extraktor ist fertig da haben wir ihn da ist er plünder die plünderer neue quest und geht es jetzt los geht zur arbeit da kommt sie oder wer ist das die emily jawohl die produktion ist gestartet unser erster metall extraktor schaut mal der produziert 32 hier ne steht nicht da will der produziert 20 alles klar 32 haben wir zur verfügung im moment sehr gut sehr sehr schön ach wunderbar da wird es raus geholt das kostbare metall was bei uns ja immer eine mangelware war aber hoffentlich bald nicht mehr eine neue quest das schauen wir uns mal noch an recently there is been a lot of bandit activity near the colony this probably means that there is a new bandit outpost nearby which they use to run their operations in the area plündert die plünderer aus den vielen begegnungen mit banditen hast du die schlussfolgerung gezogen dass irgendwo in der nähe einer ihrer transportwege liegen muss sie bringen ihre beute in große lager um sie vor anderen banditen und gemeinschaften zu verstecken einer dieser transporte ist geradezu ein lager unterwegs und die ressourcen gehen garantiert verloren wenn er dort ankommt banditen und ihre behelfsmäßigen trucks sind nicht gerade für ihre geschwindigkeit bekannt du hast also genug zeit um sie abzufangen versuchen wir mal konvoi abfangen wir werden sicherlich auf der weltkarte dann wieder sehen ja da konvoi einholen schicken wir pink man hin der erst gerade noch in der nähe unser bester kämpfer und er ist auch plünderer zu bauen das freunde dacht aber ich freue mich der metall extraktors am start das wird jetzt hoffentlich unser metall problem fürs erste lösen wir kommen voran es läuft und wenn euch die folge gefallen hat lasst mir ein däumchen oben da schmeißt was in die kommentarleiste rechts oben gibt es natürlich noch einen button um einen kanal zu abonnieren würde mich heftigst freuen und ansonsten sehen wir uns wieder in der nächsten folge bis dahin bei bei euer sahadu gut bu me w Vielen Dank.